Oh! Hier! Warum Fetzenton? Wir müssen hier nochmal bauen gehen. Gehen wir mal den Radioraum bebauen nochmal. Alter! Wollen wir diesen Dinger mal zuschlagen? Okay. Stehen wir im Radioraum. Warte. Hier, ich werfe erstmal den da rein und dann den hier. Mütze. Guck dir das an. Okay, so. Also, mein Problem lag da drin, dass mein Behältnis nicht wirklich gut war. Also, was machst du da? Ähm, ich habe die Kiste weggekloppt, okay. Also, ähm, ich brauche ein besseres Behältnis. Ich find's doch, wie der Schädel blutet. Ich hab den Schädel weggeschossen. Cool. Also, der Eimer funktioniert nicht als Behältnis. Ich hab' ne Idee, was wir machen. Wir machen das Ganze jetzt nochmal. Ja. Können wir den Schädel jetzt auch mitnehmen? Ja. Sollen wir den mal mitnehmen? Machen wir einfach mal, ne? Wer ist er jetzt sogar? Ja. Der Schädel, den wir brauchten. Das wär lustig. Ja, ja. Wir nehmen einfach mal sicherzahlbar mit. Das ist ein dummes Container-System, ey. Kannst du auch bei allen die ganze so ne blöden Tragetasche für 10 Cent kaufen, ey. Was ist das nicht genau? Hä? Warum kaufen wir denn sowas nicht? Weiß ich nicht. Warte, ich brauch so ne Mini-Platte. Ich muss grad suchen. General Construction Props, ey. Ach, du kannst es ja... Ach, du kannst es ja... Ach, du kannst es ja... Nee, die ist zu groß. Mit Scheibe, damit wir... Man kann da durchschießen. Ach, das ist alles zu groß. Transportation... Transportation! Ja! Flugzeug! Weißt du, was wir machen? Hä? Pass auf, pass auf. Das ist ne gute Idee. Fangen wir jetzt oben drauf, wie so ein Deckel. Da könnten wir gleich auch die normale andere Kiste nehmen. Wir können ja zwei Kisten aufeinander stecken. Guck, warte. Hier. Ne, warte, 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 warte. Dann ist es wie Platz sparen, wenn wir das Ding einfach so rüberlegen. Das geht aber nicht. Doch, das geht. Jetzt, wenn ich mal so nagell, dass fest, nicht nagell, dass fest, wenn ich das fest nagell, weil er spackt es nicht so rum. Ja, mach doch einfach. Stech, stech, geh weg da! Schließ den Weg! Aschlusiv, was was ich mir eigentlich wie witziger finde, was sie einfach machen könnten? Wenn das schon so kompliziert machen... Wieso werden wir nicht einfach die Schäle an die Kiste? Das krieg ich. Egal, jetzt funktioniert es ja. Nein! Oh mein Gott, du hast die ganze Schäle weggeworfen! Okay, ich glaub wir wählen die Teile doch an die Kiste. Okay, alles klar. Ein Schädel. Das war eigentlich schon so ein Schädel. Der ist noch in die Richtung gespackt. Boah, ich hab mich jetzt erschrocken, weil der Hund gegen meinen Stuhl gelaufen ist in dem Moment. Hast du ihn? Oh ja, ich spack das Ding auch noch rum, ey. Alles klar. So, ich werde die Mach des Whales jetzt einsetzen. Ne, lass mich das machen, dann drück ich Q. Mach des Whales. Lass mich das bitte. Mach des Whales. Warte, ich möchte gerne was ausprobieren. Was passiert? Alter, das Teil spackt gerade derbe ab. Was ist denn da los? Da oben ist nichts, da unten ist nicht was. Tapsi! Mein Hund ist nicht hier. Was läuft da die ganze Zeit gegen meinen Stuhl? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. So, warte. Könnt ihr die Sachen einfach festwellen ohne das? Weil wenn ich mich jetzt so mache, zum Beispiel, warte. Warte, wenn ich mich das eine jetzt lösche, dann fällt das andere nochmal hin. Okay, das wollte ich wissen. So. Wir haben unsere derbe Transportationskiste. Okay. So, wir gehen nochmal gucken, ob es vielleicht noch einen anderen Schädel gibt. Wo ich jetzt einfach mal nicht ausgehe. Dann kann ich eigentlich die Kiste hier lassen, ne? Ich lass die Kiste hier. Na, 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 na. Wieso? Oh Gott. Ich hab ein ungutes Glück. Wo bist du? Bitte? Alter, hast du mich hier schon. Ich will nur hier in Suchschädel. Hier ist auch direkt die Schädelsuche. Anscheinend hat die ja nicht so offensichtlich platziert. Cool. Passen. Oh, ne. Oh man. Okay, komm wieder. Sehr gut. Wo bist du? Hier hinten, wo die Tür eingetreten wurde. Oh ja. Ich baue gerade einen Einkaufswagen. Das funktioniert nicht. Der Einkaufswagen ist uneffizient. Toll. Ja, die Fresse. Dummer Vogel, ey. Der nicht mehr gruselig ist. Der war beim ersten Mal, vielleicht beim zweiten Mal, vielleicht sogar beim dritten Mal gruselig. So. Der Schädel muss da irgendwo hinten sein. Ich bin mir da so sicher. Hier. Wenn es die Schädel nicht sind. Wer dann? Dann scheint sich nicht ganz so diese scheiß dunklen Gänge zu bewegen, ne? Das macht mich schon kirre genug hier. Och, Mann, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hier ist die Kamera noch. Ist aber nichts. So, hier sind auch noch... Ist hier noch irgendwo ein Schädel? Warte. Guck mal, ob du irgendwo ein Schädel findest. Nicht nur Skelettgerippe. Nee, das ist nur mit Gerippe dran. Ich hab mal Arschknochen gefunden. Einen Arschknochen? Ja. Guck doch mal. Ich würde sagen, dann haben wir unsere drei Schädel zusammen, warum auch immer. Ja, dann probieren wir's aus. Warum auch immer wir. Egal. Weißt du was? Hm? Ich leg die Kamera noch an den Ding zu uns ran. An den was? An den Einkaufswagen. Okay. Damit er Licht macht. Das dürfen wir ja wohl noch. Das wär noch ein Kamerasen witzig. Ey, das ist unser derbes Teil, ey. Ist ja voll so ein Auge, ey. Wie weißt du, wie ich die Spot-Einheit bin? Und so weißt du diese fahrenden Wagen, so. Möchten wir das Pipi-Teil auch daran bauen? Wollen wir? Nein. Doch. Echt? Wollen wir das Ultra-Universal-Gerät hier? Wollen wir... Das Ultra-Universal-Gerät! So. Alles klar. Okay. Ja, soll ich es tragen oder willst du es tragen? Das Ultra-Universal-Gerät ist. Es fällt um, es steht nicht gerade. Es ist schlecht gebaut. Super-Universal-Gerät. Es rettet uns das Leben, macht Licht und piept, wenn Geister in der Nähe sind. Wir machen einfach Keep Upright, ey. Nein, da spacknest du alles rum. Macht nix. Nicht auf die Schädel, sondern immer auf die Box. Ich mach doch auf die Box. Wiehst du? Die Kamera fällt immer nur rum. Macht nix. So. Macht die Kamera überhaupt Licht? Weißt du nicht. Wow, voll die super Konstruktion hier jetzt, ey. Fantastisch. Ist wirklich wärme, ey. Geil, ey. Weißt du, wozu hast du sogar... Naja, aber gut, man hat nicht wirklich Licht mit dem Teil. Na, egal. Aber wir können das alles filmen. Ja. Oh Gott, ey. So. Das Glück passt, dass ich wollte. Ich dachte, dass die Kamera auch so komisch gewählt ist, kommt mir ganz gut durch. Weil sie sich immer so hin hin und hier weg und hier so quetscht so halt. Also wir haben jetzt drei Schädel. Ja, und ne Kamera an dem... und alles zusammengeklebt. Da sind wir falsch. Warum sollten wir denn hier auch nochmal in diesen Gang reingehen, nur damit man sich dieses scheiß Viecher schreckt, oder? Ja. Aha. Auf dich. Steh. Ey, wir können ja auch diesen Sitz hier dran bauen. Nein. Ja, damit du dich rennen jetzt musst und damit du nicht mehr reagieren musst, ne? Ja. Ich zieh am Hebel. Okay, doch nicht. So, wie wir sagen reden. Was war das? So, das ist nur eine Scheiße. Wie ein Scheißdruck. Hier ne Presse. Es ist weg. Hier, hier. So. Ja, das ist ja nur ein... Das sind die ersten drei Schäde, die wir wirklich gefunden haben sollen, ich weiß nicht. Ja, und die Kamera. Und die superrote... Boah. Die fress du, du Kalk. Das Licht, was du abspackt, ist die Kamera, ne? Ja. Geh, denk da links lang zu gehen. Ich werde irgendwelche Leute hacken. Ich nehme die Kiste einfach als super... ...Understützungs-Eiter. Was uns hilft. Gegen böse Monster. Aua. Die Kiste hat mich gehauen. Das war eigentlich nett von der Kiste. Pass auf. Das ist doch nur dieses Dings hier. So. Ich lass mich nicht da vorne vor dem Bug töten. Hier ist noch das ganze Licht. Ich mach's wieder an. So. Hi-hop-sor-dis. Seh ich schon vor mir kommen, ey. Warum, warum will ich einfach? Hi-hop-sor-dis. Wir haben die drei Schädel. Ed-hö-gi-höck. Du darfst das jetzt entwelden. Wir brauchen das nicht entwelden. Wir müssen einfach nur die Kiste entfernen. Hi-hö-gi-höck. Ich glaub nicht, dass es die richtigen Schädel sind. Und wie reagieren die nicht? Doch. Einer hab ich hier richtig. Noch eine richtig. Das war ein Schädel. Okay. Aufpassen. Es wird schwarz. Ja. Ach du Heiliger. Jetzt. Alter. Ich will nicht erschrocken werden. Die Schädel sind da. Irgendwas wurde gemacht dadurch, als alles schwarz wurde. Okay. Warte. Ich wälde das Teil wieder mit der Kamera zusammen. Oder? Okay. Ja, mach das. Okay. Da drüben geht's weiter. Die Tür ist eingekloppt, ne? Ja, jemand hat sich mir vorhin gerade Holzschwitter entgegengefetzt. Okay. Alter, ich dachte wir wollten zusammenwälden. Okay, okay, okay. Du hast ja recht. Du hast ja recht. Alter. Ich hoffe euch gefällt das letzte Flay. Wusstest du eigentlich, von wem diese Kamera gemacht wurde? Von wem denn? ZOOM mal ran an den Namen. Auf der anderen Seite. Du hast die Kamera... Du hast den jetzt da... ARRRRRR. ARR Entertainment, ey. ARR Kameras. Zeig die ganze Zeit an, dass man 35 Minuten aufgenommen hat. Bis jetzt. Es geht schon wieder schwarz auf einmal. Wir sind ja dasselbe getriggert noch einmal. Ja, haben wir. Bis zur Hölle. Das kam es mir voll vergessen. Doch, geht das nicht? Doch, geht wieder. Da ist eben eine Statue ohne Kopf. Die Statue ist da jetzt herumgespackt. Da ist der Vogel! Wo? Da, bei der Statue. Hier geht's rechts weiter. Neben der Statue. Fuck. Scheiße, ey. Es geht einfach echt noch weiter. Und diese Karte. Ich schicke ganz auf ein Scheißding vor, ey. Ist das schon wieder so scheiße? Schon wieder so dumme Nummer. Was soll ich denn jetzt damit sagen? Wird das öffnen? Bitte, das ist dieser... Mann. Horror at Harsley Assheim. Was? Hier. Okay. Ich sehe vielleicht schwarz. Wieso wird es jetzt andauernd schwarz? Weiß ich nicht. Ich habe Angst. Weil Sinnlos weg. Wissen Sie da hinter der Tür, ob irgendwas ist? Sollen wir hier nicht lang gehen? Ich glaube, wir müssen jetzt den Strom irgendwie anmachen. So dumm es auch klingen mag. Wenn man sich nur durchklippt, ist nichts hinter. Dann sollen wir hier auch nicht lang. Vielleicht ist das so das Ende. Schon mal daran gedacht? Deshalb, deshalb den Kram hier und der Zeitungsartikel. Oh, Alter, Harsley Assheim. Aber warum ist ja da der Vogel immer noch immer? Ja. Warum dann dieses Zeichen wieder? Was soll uns das sagen? Das sind doch Binär-Codes, oder nicht? Ja. Die könntest du so eintragen. In dem Übersetzer. Soll ich vielleicht mal ein Screechots machen und den machen oder so? Ja, können wir gleich noch machen. Dann schreibe mir die übersetzte Nachricht von dem hier mal runter. Das andere dürft ihr dann selber herausfinden. Und ich denke mal, was machen wir jetzt noch? Ich weiß jetzt nicht. Bist du auch durch? Ich bin mir... Ich bin mir... Ich bin mir kurz so geclippt. Ja, ich schätze, wir sollen uns nochmal... Lass uns erstmal diese Binär-Nachricht entziffern. Ja. Und dann machen wir gleich weiter. Vielleicht steht da irgendwas Wichtiges drauf. Jo, dann Teppich raus. Ich hab's... Ich hab's ges... Ach, warte. Fuck, ich muss den Flaps ausmachen, sonst mach ich nämlich eine Aufnahme, wenn ich die Drucktaste drücke. Okay, nochmal kurz erkunden, wir sehen, ob ich hier auch eigentlich was Neues finde. Wenn du das alleine machen möchtest. Ich warnte nicht, ob ich mach das, ne? Da, kurz Gimp anmachen. Nähr-Code-Bersetzer. Hilfe! Was da? Warte, hier passiert noch was. Hier passiert noch was. Was ist denn passiert? Ich wurde eben von irgendwas angegriffen. Komm bitte zurück, komm bitte zurück erstmal. Das ist ein schwarzes Schattenvieh, das hat mich angegriffen, das ist hier verschwunden, ich hab nur 15 Nebepunkte. Komm bitte wieder zurück. Ich komm zurück, ich komm zurück, alle, das, ne. Ich geb jetzt erstmal den Binär-Code ein. Das ist, das ist noch nicht zu Ende. Irgendwas passiert noch. Ach du Scheiße. Ich geb jetzt eben schnell den B... Gott sei Dank. den Coder ein. So, an der Stelle werde ich jetzt ein Bild einblenden, während wir hier noch das Ende zeigen. Das ist halt das, was wir finden. Und wir gehen davon aus, dass es jetzt die Credits sind. Ja. Und auch, ähm, vielleicht sogar Werbung für das Nachfolgeprojekt. Ich hab eben nochmal nur einen random Encounter gehabt, von daher. Ja, wie gesagt, das Spiel ist Ende, wenn du dazu Lust hast. Und wie es aussieht, haben wir jetzt alles gesehen. Mhm. Wir haben alle drei Totenköpfe gefunden und haben es halt geschafft. Ja. Wenn es, wenn es noch weitergehen sollte, dann, ähm, wäre ja cool. Ich kenn ja, ich kenn euch ja auch. Ich kenn euch Zuschauer ja auch. Die gehen dann, gucken sich's aber den Scheiß nochmal an. Aber wenn es noch weitergeht, ähm, dann, äh, ja, sagt mir, sagt uns Bescheid. Nicht? Nicht? Nein.